Und da sind wir wieder bei SkiBlock mit Shadern. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann zwischendurch ausgeschaltet hatte oder gesagt hatte, dass ich das ausschalte. Sie sind wieder da. Das mit den Kreuzen funktioniert nicht so ganz, glaube ich. Inklusive Shader meine ich. Und naja, das umgehen wir einfach. Wir passen einfach auf. Oder ich versuche einfach aufzupassen, dass hier keine Zombies irgendwie spawnen können. Warum liegt da eine Fackel auf dem Boden? Plöpp. So, was haben wir bei den letzten Malen gemacht? Es ist schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, ich habe diese Plattform etwas erweitert und entsprechend Stein abgebaut. Da hinten in der Kiste dürfte jede Menge Stein auch noch drin sein. Jawohl, und Grable. Ich werde mir einfach mal ein bisschen Stein sammeln und schnappen. Und dann baue ich die Plattform noch ein bisschen größer, während ich einfach darüber nachdenke, was sonst noch so ansteht. So, das ist jetzt erstmal mein Plan. Ähm, hier diesen Generator könnten wir eigentlich mal umbauen. Und den so gestalten, dass da nicht mehr die Halbstufen sind. Das ist etwas schöner. Zack, so, eine Fackel noch drauf und... Ups. Die Stufe wollte ich wegschmeißen, na gut. Ja, ist jetzt dumm gelaufen. Äh, es wird Nacht. Wir gehen mal ganz kurz schlafen, damit ich den Tag erwische. Shit, es ist noch nicht Nacht. Haben wir hier noch was zum... Nee. Haben wir Cranks? Haben wir irgendwas? Wie ist unser Status? Da ist schon wieder so ein Kätzchen. Das ist schon mal ganz gut. Die kann man immer mal gebrauchen. Ähm... Ja, hm. Jetzt dürfte es recht dunkel sein. Dann gehen wir mal wieder zurück. Eine Kuh haben wir. Ich hoffe auf mehr Kühe. Dafür brauchen wir aber mehr kompostierbares Zeugs. Und natürlich müssen wir noch Bäumchen ohne Ende fällen. Einfach um das Haus weiterzubauen. Und das könnte eigentlich das viel spannendere Projekt werden. Ja, doch. Ich glaube, heutige Folge... Äh, Hausbau. So. Das bedeutet, wir hacken diesen Baum ab, der sowieso schon viel zu groß ist. Und dann werden wir mit dem daraus gewonnenen Holz... Ich weiß gar nicht, wie viel wir in den Kisten haben. Müssten wir gleich auch mal gucken. Damit werden wir dann das Haus weiter ausbauen. So. Auf jeden Fall sind einige Setzlinge auch runtergekommen. Das ist im Hinblick auf Kompostarbeit sehr gut. Ich hoffe, die Musik ist laut genug im Hintergrund. Tja, wir haben Sonntag übrigens. Sonntag Vormittag noch. So ganz knapp. Viertel vor zwölf, um genau zu sein. Und ich nehme jetzt gerade, müsste es die Freitagsfolge sein. Weil, man, ich... Irgendwie hatte ich die Woche nicht so wirklich Zeit, Lust, was auch immer, zum Aufnehmen. Und dann habe ich heute, beziehungsweise gestern schon festgestellt... Äh, Kacke, du musst ja aufnehmen. Mal. Dementsprechend sitze ich jetzt hier und nehme auf. Ähm. Eine recht logische Folge des Ganzen. Wollte ich euch nur so mal mitgeteilt haben. So, Kompostieren. Da ist doch schon was drin. Das sieht super aus. Kriegen wir wenigstens einen Erdblock. Ich würde auch sagen, wir machen... Ähm, weiter mit der Farm dort. ...dass die ein wenig größer wird. So. Hepp. Und wir entsprechend, äh, Weizen und sowas anbauen können. Das dann auch kompostiert werden kann. Und den Weizen brauchen wir ja auch fürs Dach. Von daher... ...ist das quasi ein doppelter Gewinn. Jetzt ist meine Frage noch, äh, spawnen Monster auf Schnee? Können die da spawnen? Ich weiß es nicht. Irgendwie diese... Irgendwas wirkt hier komisch, ne? Da muss bestimmt auch noch einer hin, ne? Ja. Ich glaube, ich habe da irgendwie ein bisschen... ...Kreuz und Querkraut und Rüben mäßig gebaut. Ah, aber so passt's. So scheint es symmetrisch zu sein. Und wir brauchen noch mehr Holz, weil das nicht reicht. Dann schauen wir mal in die Truhen hinein. Ah, dann wird die Benennung der Folge auch echt einfach für mich diesmal. Hausbau. Wahnsinn. Wie sieht das mit Holzkohle aus? Haben wir da noch was? Jawohl. Dann mache ich mal noch ein paar Fackeln. Zur Sicherheit einfach, dass wir Fackeln haben. So. Oh, Mist. So, Kohle wieder rein. Einen Apfel haben wir gerade mal. Die Erde ist fertig. Und... Ach, Mist. Wir müssen ja auch noch... ...die... ...die... ...die Hole, die ich gerade weggeschmissen habe, versehentlich... ...mit meinen Augen ersetzen. So. Boah. Mein Hals kratzt ein bisschen. Ja, leicht erkältet war ich auch. Beziehungsweise die Erkältung hat versucht, mich zu übermannen. Aber ich konnte mich tapfer wehren, was dann dazu geführt hat, dass ich natürlich die Woche so ein bisschen schlapp immer in der Gegend rumgewankt bin, sag ich mal. War jetzt nicht das Angenehmste, aber ich bin wenigstens halbwegs gesund geblieben. Und ich kann aufnehmen. Oder ich hätte aufnehmen können. Sag mal so. Aber dafür muss ich mich die ganze Zeit rausperren, was ich ein bisschen unangenehm finde. Was haben wir denn hier noch so? Jede Menge Stickies. Forced Nuggets. Sugar Cane. Könnten wir auch mal anbauen irgendwann. Potato. Na. Ja, ja, ja. Okay. Nichts, was uns wirklich was bringen würde. Da fehlt noch eine Türe. Da fehlt auch noch eine Türe. Dann machen wir das auch mal. Eins, zwei, drei. Ja, das reicht für zwei Türen. Bin mir grad nicht sicher. Nö. Hier sind die normalen Türen. Dieses andere Modpack, Your Craft Complete oder Resonant Rise, glaube ich. Die beiden haben, glaube ich, Türen in verschiedenen Designs. Und falls das jetzt mittlerweile in 1.8 Minecraft auch so ist. Okay. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Da ich Minecraft 1.8 noch nicht wirklich intensiv gespielt habe. Ein bisschen was habe ich getestet. Da war auch so ein Projekt, was ich angedacht hatte. Aber das habe ich halt noch nicht durchgeführt. So. Hüpf. Komm her. Und dann bauen wir dich so daran. Sonst sieht das Kacke aus. Andere Seite dann gleich genau so. Jetzt ist ein bisschen laut, die Musik, wa? Müssen wir gleich mal ändern vielleicht. Spätestens, wenn es in die Aufnahme der nächsten Folge geht. So. Ach ja, Kompostieren. Da haben wir ja einen Setzling. Den können wir da mal reinschmeißen. Und was ganz wichtig ist, haben wir... Ähm... Fieses haben wir ein bisschen. Haben wir auch hier Knochenmehl zufällig? Nö. Dann würde ich sagen, hauen wir mal ein bisschen Gravel durch. Äh, falsch. Falsch. Das war nicht in die Kiste. Das war falsch. Wir hauen ein bisschen Gravel durch und dabei philosophiere ich weiter. Also, ähm... In dieser Folge möchte ich noch... Wie lange haben wir schon? Ja. Nochmal so lange haben wir. Hoffe ich, dass wir noch mehrere Bäumchen fällen können. Und dann entsprechend an dem Haus noch ein bisschen weiterbauen können. Die Säulen sind ja schon halbwegs fertig. Ähm... Was noch fehlt, sind die Wände und dann Glas entsprechend. Dafür müssen wir noch ein bisschen Gravel in Sand verwandeln. Ich hoffe, man hört jetzt nicht zu laut, dass ich mir nebenher noch einen Kaffee eingieße. Äh, ja. Wir brauchen Glas aus Sand natürlich. Und dann ist die obere Etage auch fertig. Da will ich versuchen, so ein bisschen Räume noch einzubauen. Hier unten bleibt es ein großer Lager- und Handwerksraum, sage ich mal. Und oben soll dann Schlafzimmer und eventuell unsere Trophäenwand und, und, und hinkommen. Ja, das wäre jetzt erstmal das Projekt für heute. Ich weiß nicht, wie weit wir da kommen. Wir haben, wie gesagt, nur noch so sechs, sieben Minuten. Dann ist auch schon vorbei. Der Rest muss dann eventuell in der nächsten Folge passieren. So. Äh, Knochenmeer kriegen wir, glaube ich, gar nicht aus Gravel raus, ne? Knochenmeer dürfte aus Dust kommen. Aber wenigstens haben wir jetzt einiges an Iron. Ähm, ja. Ich mach mal einiges an Sand. Denn, den können wir in jedem Fall gebrauchen. So, da haben wir schon mal acht. Das ist super. Oh, verdammt. Äh, den Sand wollte ich ja gar nicht wieder aufbauen. Äh, was ich erzählen könnte, so aus meinem persönlichen Leben. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, Mittelalter und Geschichtsinteressiert. Ganz dezent. Und, ähm, was ich sehr gerne lese, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie in der Minecraft Let's Play erwähnt hatte, sind die Bücher von Bernard Cornwell. Ein fantastischer Autor. Äh, grobe Geschichte von ihm. Er, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen vertue, ist eher selbst Historiker. Der britischen Geschichte. Und hat eine Frau kennengelernt. Entweder war sie Amerikanerin oder, also US-Amerikanerin. Oder, ähm, sie musste arbeitstechnisch dahin und er ist natürlich dann mit. Und durfte aber in den USA nicht arbeiten. Was hat sich der gute Mann gedacht? Der hat sich gedacht, ich schreibe jetzt Bücher. Und das war eine fantastische Entscheidung. Denn, der schreibt richtig gut. Und, ähm, ja, eine meiner Lieblingsserien von ihm, die sogenannten, äh, die haben, der hat mehrere Namen natürlich, Deutsch, Englisch und so weiter. Einmal heißt sie, äh, in den britischen, beziehungsweise englischsprachigen Raum, heißt sie einfach The Saxon Stories. Und, ähm, in Deutschland meist die Utretsaga. Und, äh, es geht um einen jungen Mann namens Utreth. Und hier fehlt noch eine Tür. Mann, Mann, Mann. Äh, dieser Utreth ist Nordumbria. Nordumbrien ist für alle, die sich so ein bisschen mit Geografie auskennen, so grob das Gebiet des heutigen York. Und bis Schottland hoch. Also, oh, das ist ja mies. Die Shader machen ja hier die, die Glassachen. Boah, das ist ja scheiße. Okay, das geht dann nicht. Wann machen wir denn dann? Machen wir dann Gitter rein? Äh, blöd. Na gut, ähm, also. Dieser Mensch ist, äh, Sohn eines Edelmannes aus Nordumbrien. Wird mit seinem, bei seinem, an seinem, während seines zehnten Lebensjahres entführt von den Wikingern, die in Nordengland einfallen. Was noch nicht England ist. Ähm, und wächst unter diesen auf. Ähm, er wächst also pagan, also heidnisch auf mit den heidnischen Göttern. Und wechselt aber quasi dann mit seinem siebzehnten Lebensjahr so die Seiten und kämpft für die Sachsen. Also die vorherigen Komplettherrscher über den englischen Raum. Ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte. Sehr historisch genau. So aus meiner Leinart und Meinung und so, ne. Ähm, gibt einen sehr schönen Einblick in die Zeit der Wikingerkriege. Beziehungsweise der Wikingereroberungen. Und diese Saga, beziehungsweise das erste Buch, wird verfilmt. Verfilmt. Haha. Da kam, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, kam die Nachricht und ich bin ausgetickt wie ein kleines Kind. Das ist wirklich toll. Und, ähm, ich freue mich sehr darauf. Äh, eventuell kennen einige schon eine Verfilmung von den Büchern Cornwalls. Denn Sean Bean hat in einer Verfilmung oder in der einzigen Verfilmung bisher mitgespielt. Und zwar in Sharps sonst wie heißt die. Also es geht da um einen Soldaten zur Zeit der napoleonischen Kriege, aber auch natürlich britischer Soldat. Auch sehr gut. Ist aber aus den 80ern das Ganze. Dementsprechend, äh, vielleicht nur für Leute, denen das nichts ausmacht, dass das schon was älter ist und vielleicht nicht, äh, so auf dem allerneuesten filmtechnischen Stand, ne. Ist ja auch immer so eine Sache. Kann ich aber auch nur empfehlen. Die Bücher, die Verfilmungen und so weiter, super gut. Und, ähm, geschichtlich ziemlich genau, so was ich aus meiner Position aus sagen und behaupten kann. Ja, da freue ich mich ziemlich und, ähm, vielleicht kommt ja dann eine Nights of Honor Staffel Nummer 3 als Dänemark. Das wäre vielleicht noch ganz witzig. Im frühen Mittelalter dann die dänischen beziehungsweise nordmännerischen Eroberungen einfach mal nachvollziehen. Die sind relativ groß gewesen. Man glaubt es gar nicht. Auch der Einfluss der Wikinger war natürlich sehr, sehr groß auf Europa an sich. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt abschweifen. So, wir haben jetzt noch ein paar Bäumchen, die gewachsen sind ohne Knochenmehl. Padam. Da ist ordentlich was runtergekommen. Wir können noch ein bisschen was kompostieren. Das ist auch sehr gut. Ich werde mal hier das noch abhacken. Denn da oben, oh Mist. Warum kommt das denn nicht automatisch runter? Hey, hey, hey. Was soll das? Äh, ja, egal. Äh, Mist. Da kommen wir nicht mehr dran. Da oben sind in jedem Fall noch einige Blätter, die bitte auch runterfallen sollen. So. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Spruce... Oh, verdammt. Kein Spruce Sapling? Pff, das ist schlecht. Das ist echt blöd. Ich hoffe, wir kriegen noch einen irgendwie über sieben. Naja. So dringend brauchen wir das Holz jetzt auch nicht. Ach, noch ein Bäumchen. Sehr schön. Aber leider sind die 15 Minuten schon vorbei. Das ist echt ärgerlich und für euch sehr schade, denn das bedeutet, die Folge ist vorbei. Und das bedeutet wiederum, wir bauen leider erst in der nächsten Folge an dem Haus weiter. Aber wenigstens sind da die Pöller schon mal ein bisschen hochgezogen. Nicht wahr? So, mit Blick auf unseren etwas dezimierten Wald. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.